Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ihr wisst ja, muss mich da immer und darf mich für ein Bildchen entscheiden. Ja, Steuergeld für das Stiftung und linke Netzwerke, wie die Ampel die eigentlichen Hitzer im Land finanziert. Ja, darum geht es, aber nicht nur darum, natürlich auch wieder um diverse andere Geschichten. Dann könnt ihr dann wieder gerne gucken bei VK Bitshoot Odyssey. Getrailert wird es bei Rumble und dreimal YouTube. Und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.